brieferner finger schläft übrigens gerade ein drei diamanten musst du mir dann aber glaube ich geben warum man spitz hat den geist aufgibt ja ich gehe ich gehe back und geht zur monster falle also ja macht das mal ich wurde dabei mal ein bisserl weiter dass wir vielleicht noch mehr zeug kriegen ich habe jetzt ja fast vier drei stacks redstone eisen noch nicht mal ein stack also ich mach mal weiter oder ich könnte jetzt eigentlich jetzt ist feierabend ich kaputt nein sondern ich wurde jetzt zurück wieder aber in einer nächste renne weise ja warum ist feierabend weiter aber sie war ich hätte irgendwie gern so und so eine taschen dabei auf dem kopf oder neidwischen drang das wäre auch geil kacke in welche richtung muss ich jetzt ein kleiner war sie hier ist ein laber weißt du lobo die war das war die richtige richtung die an um ich habe in die richtung wo du laufen musst drei fackeln an die wand geplänte sie dürfte so sehen ich weiß wo man kaufen müsste ja wenn du aus dem tunnel rauskommt ich habe sie gerade nicht mehr gewusst das war so gelaufen rechts rum musst du dann dann muss ich einmal links und dann wieder rechts und dann wieder links wenn du das sagst ja ich habe eine gute orientierung du hast auch gesagt du hast eine gute orientierung du kommst nach berlin mit dem zugplan wie hast du es gesagt das war so geil aber nur und ich da erst mal fünf sekunden gebraucht habe bis ich es geschnallt habe und quatsch aber weiter und dann kommt es lachen ich weiß gar nicht mehr was ich gesagt habe ja du hast irgendwie gesagt du hast eine super orientierung ich habe das aber verneint und dann hast gesagt du kommst mit der bahn genau du hast gesagt ich kann ich komme super nach habe ich das in der aufnahme gesagt er hast du gemacht er welche aufnahmen mc oder nicht schon doch her bin ich vom hafen zurück gelaufen jetzt ist schon etwas länger wieder her hoch es sieht so schön aus bei uns daheim ich muss sagen ich bin echt zufrieden muss ich sagen 18 diamanten also wenn es jetzt gut läuft kriegen wir da raus einen halben steckt die aus Prozent ok man muss er über einen halben zwei diamanten ging es keine diamanten den großen sechs diamanten gegeben und nochmal vier eine bestimmte aus mehr dem mann gesucht hat sich okay ich habe ja was heißt gesucht ich habe nicht nur gegraben bin und zufällig drauf gestoßen das heißt nichts was ich bin mehr gesucht hast du nicht wie mache ich das jetzt ja ich hätte Bücher mitnehmen sollen oder nicht um 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 das heißt die aussehen voll offen ich komme jetzt ganz die Redstone wollen wir nicht einmal wieder neues Territorium erschließen nein wir sollten erst mal schauen dass wir die Territorien soweit schaffen damals mit mit China und bis zu den und zur Falle warte ich komme warte bist du noch bist du noch in der Stadt ich vermisse jetzt die Bücher die Bücher schau mal dass du Leder mitbringst und Papier wenn du kannst jeder Papier ja quasi bücher in der einen Kiste hat mir über 30 Wolle hatte ja über 30 jahre über 30 nicht Wolle sondern Leder Leder doch in der Tierkiste ja in der Tierkiste habe ich jetzt 19 Leder raus dann schau mal in der Monsterkiste rein warum steht das ist das bei Monster drin das weiß ich nicht könnte drin sein ich will mal weiß es ist jetzt haben wir 49 Leder und dann noch was brauchst du noch Zuckerrohr Zuckerrohr komm ein Stickstein das sieht eigentlich könnte ich mal ein bisschen aussortieren kurz ähm ja jetzt ist die Frage ähm wo hatten wir eigentlich Öfen hatten wir nicht irgendwo Öfen mhm ganz viele auf der anderen Seite vom Ding oh Alter wir warum haben wir hier noch so viel Eisen ich hab keine Ahnung oha zwei Stacks golden gold alter hier sind überall noch Eisen Stacks drinnen die nicht gebraten sind weil wir hier keine Kohle mehr drinnen haben Kulis ich hab Kulis gepaart voll geil ja wir haben ja ne nimmst du mal Kohle mit ja wir haben keine Kohle mehr hier glaub ich wieso wieso Werkzeug Kies wenn da Kohlekiste nichts ist dann ich glaub ich hab ne extra Kohlekiste Redstone Hölle Kieh Riemskrams Waffen Rüstung Erde Monster Redstone du bist hässlich was Kohle doch wir haben hier noch Kohle hab ich jetzt hier Alter Alter wir kriegen so viel Schafe ey ich komm gleich warte was wolltest du jetzt noch ähm Kohle nein ich hab Kohle gefunden ja gut dann komm ich jetzt ja du hast Bücher dabei ja ich hab keine Bücher gemacht aber ich hab die Zutaten für oh hier drüben haben wir nochmal 5 Diamanten hm mhm erst mal in den Momentar nehmen ne ich brauch nur eine Spitzhacke schnucki ich hab 31 ähm Levels ja lässt sich schön was machen so ab 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 übrigens ich spiel mit Cromer Hills ja grad ja dann schalte ich eben schnell um jedes mal mal umschalten wegen dir also das stimmt überhaupt nicht doch du kannst gern mit dem spielen was du willst doch aber Cromer Hills ist mit den mit den Texturen mit Optifine so geil weil es diese Einkerbungen hat und ja ich weiß nicht finde ich finde ich ein schönes Texturenpack Pack oder Resource Pack wie es jetzt auf neuerdings heißt mit dem Doku Craft mit dem Doku Craft sieht die ganze Welt so viel anders aus Doku Craft ja du meinst das war das war so ein Mittelalter Texture Pack achso ähm Resource Pack Cromer Hills MC Wirpen Pack ich spiel es ab jetzt mit dem MC Wirpen Pack nur noch das ist das einzig wahre Pack sag mal ja was trinken hm hm ich hab keinen Kaffee mehr hm wo haben wir den Redstone soll ich die Redstone hier lassen oder ja lass hier steck einmal ich hab jetzt alles rein übrigens ich hab ein bisschen Kohl denn noch das verteile ich jetzt einfach ein bisschen an die Öfen ne ja auch das ähm ich geh jetzt mal ähm hast du ähm weiter boah ich kann schon gar nicht mal gescheit reden weil ich nix mehr hab ähm ähm hast du die hast du mit der Spitzhacke gemacht ne ne doch echt das natürlich klasse also bisschen kurz rausschmeißen gleich ich glaub da kommt so schnell nix mehr ich stanke dir ich mach jetzt Eisenspitzhacken paar oder nein ich mach das mit Büchern so obwohl mach ich das mit Büchern ist jetzt die Frage ob das mit Büchern besser geht oder glück drei glück drei und sonst nichts nein ja glück drei alter jetzt jetzt hau die Diamanten her ich glaub die hier richtig geil glaub ich die jetzt du sammelst ein warte warte sammelst ein alter ich glaub dir die ich glaub dir die ich glaub dir die loll alter wie viele Diamanten das wie geil ist das denn ich liebe übrigens unsere Monsterfalle finde ich super finde ich auch sexy so ich sammle einen okay vier alter sieben da war nur einer da waren zwei bau die mal nicht so schnell ab da waren ich glaub wieder drei ok warte 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 nicht weiter abbauen entschuldige 21 Diamanten oh die hab ich jetzt das waren zwei warte da war nur einer oh achso nice so Diamanten wieder zwei drei drei 30 haben wir jetzt 33 34 4 alter 38 40 nochmal 4 alter geil 44 dias so voll geil alter so leider haben wir nur 20 Diamanten gekriegt weißt du was ich mach hier jetzt ne Kiste wir haben nur 20 Diamanten ja was ja ich mach da jetzt ich leg die Diamanten äh Ding jetzt hier rein scheiße nein das sieht kacke aus da wo du schaust ja warte 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 dann mach ich das wieder anders ähm komm stört doch keinen nein ich leg die hier rein weil da kann man die nutzen für oder genau ähm dann muss ich mir jetzt aber wieder du hast übrigens meine Spitzhack meine Axt ne doch nicht ähm gar nichts äh kannst du mir nochmal drei Diamanten oder mir noch eine machen merci nein nein jetzt hab ich keine Ideen jetzt muss ich fahren warte ich verzauber sie dir komm her voll voll liebs von dir ja voll warte danke also ich hab zwar nur 26 Level aber das reicht es ist hier wertbarer Trank der Heilung aha wertbarer Trank des Schadens sch riff floss nur 어 auf welches Level hast und du sie verzauberst du 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 Ou irgendwie möchte ich hier in einer Monsterfall in bleiben ich weiß nicht ich finde das voll geil hier Was, was könnte man denn hier noch Nutzliches machen? Hier oben fehlen übrigens Platten. Das bessere ich noch kurz aus, weil das kannst du jetzt so jetzt nicht lassen. Komm schon. Oh nein, Minizobbies. Zum Glück sind das jetzt nicht mehr so viele wie letztes Mal. Boah, das war ja so krass. Das hat so geil ausgesehen, wo sie dir hinterher gerannt sind. So geil. Oh, komm schon, ich muss noch Level 30 werden. Supergeil. Lass mich Level 30 werden, jetzt. Okay, ich überlege, was wir noch hier machen könnten. Übrigens können wir schlafen. Ne, können wir nicht, okay. Es ist Tag. Das muss leichter sein. Es ist Tag. Wicke schön und geil. What the fuck, wo ist deine Diamantspitze? Ach lol. Ich hab dir einfach rausfallen lassen und liegen lassen. Zum Glück bin ich wieder hergekommen. So. Wie oft soll ich machen? Eins, zwei, drei. Soll ich machen oder nicht? Ja. Effizienz 4. Boah, krass. What the fuck. Dann muss ich aber irgendwie mal Haltbarkeit irgendwie. Wuhuuu. Effizient Mama. Du du du. Musica. Hahaha, meine neue Idee, was sch«erzakke? Na dann, äh ich will nur noch schau und娘l. Hm? Warte? Warte, ohhh. Oh. Schön, gell. Schön wie gut meine neue erste Zach ist in04, um zu den her rökten. Ich habe vielleicht noch Haltbarkeit für mich nur nicht drauf. Aber ich habe nicht, wo hast oder sich jetzt hier Welche Bücher? Ähm...